Du weißt, dass ich durch die ganze Welt reise, um auf die verschiedensten NFTs-Events zu gehen, um für dich immer die allerwichtigsten News und das allerbeste Alpha rauszuziehen, das du dann hier natürlich in diesem YouTube-Kanal bekommst. Und von meiner letzten Reise nach NFT NYC, da möchte ich ein bisschen berichten. Ich habe ein wenig dort gefilmt und habe einen netten kleinen Film für dich zusammengeschnitten, der dich so mit dahin nimmt, als wärst du selber dort gewesen bei Beeple, bei Kevin Rose, bei den Moonbirds, bei allem drum und dran. Und dieses Video siehst du gleich. Vielleicht vorher möchte ich dir noch was ganz Wichtiges sagen. Am Sonntag ist ein kostenfreies Webinar zu einem Thema, das den meisten Menschen sehr unter den Nägeln brennt, nämlich, hey Mike, ich habe ein Business, ich möchte wie Adidas, wie Louis Vuitton, wie Gucci, wie Haribo unser eigenes NFT für die Firma machen und ich habe keinen Blockchain-Developer, ich habe das ganze Team nicht. Mike, wie geht das denn? Wie das geht und wie du heute, völlig ohne programmieren können zu müssen, deine eigenen NFTs in kürzester Zeit erstellt und zwar vom Konzept über die Kunst, also wenn du nicht Künstler bist, sondern wenn du NFTs für dein Business nutzen möchtest, bis hin zu OpenSea-Kollektionen, den Contract Deployen, alles in einem, ohne programmieren zu müssen, alles nur mit Hilfe von neuen Softwares, die es jetzt gibt, das alles. Und wie das geht, erfährst du im kostenfreien Workshop, der am Sonntag ist. Hier drunter ist der Link zu diesem kostenfreien Workshop. Ich würde dir raten, da reinzukommen, denn du wirst in kürzester Zeit sehr, sehr viel kostenfrei lernen. Jo, und jetzt darüber hinaus möchte ich sagen, Bühne frei für die NFT NYC. Ich nehme dich mit an Bord und zeige dir, wie es denn da eigentlich so war. Brooklyn ist so nice, so many nice houses und so many nice. What? What? Wait. Blondie, ist es du? Oh my God. Oh my God. Where is it? Yeah. Yeah. Woo. She's the high, speedy high. Woo. Ila, thank you very much. Have a look here. Wow. Isn't this amazing? Such a beautiful piece. Thank you so much. Thank you so much. It's so worth it, right? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you a lot. And there's got to be a Nakamigo. And there's got to be a Nakamigo. That's very nice. I'll try the four prices. Yeah, right. There's so much inspiration in the space because there's so much crazy shit that happens. I'm like, what the fuck are you guys doing? Like... Huh? Yeah, right, right, right? Did I make the movies happen? I was like, yeah, right. I'm like, okay I can see you guys race day 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 day. So which I want to go to? Was für eine großartige Zeit. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Einblick, ein wenig den Vibe von NFT NYC mitgeben, wenn du die Möglichkeit hast, dort hinzukommen. Nächstes Jahr würde ich es dir allerwärmstens empfehlen. Diese ganzen NFT-Konferenzen sind wirklich Gold wert. Triffst du sehr interessante Menschen, sehr nette Menschen, sehr freundliche und kriegst extrem viel mit. Und jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, schaue ich, dass ich immer ein bisschen was für dich filme, sodass du, wie jetzt, eben immer wieder einen kleinen Einblick kriegst, ohne dort hinfliegen und Flug und Hotel und alles bezahlen zu müssen. Lass mich das für dich machen. Lass mich für dich übrigens auch machen, dir zu zeigen in einem kostenfreien Workshop, wie du heutzutage selber sehr einfach NFTs erstellen kannst, ohne irgendwas programmieren zu können. Ich habe diesen kostenfreien Workshop am Sonntag. Hier drunter ist der Link zu diesem Workshop. Meld dich an, komm mit rein. Am Sonntag geht es los. Ich freue mich total, wenn wir uns dort sehen und du wirst begeistert sein, was heute alles möglich ist. Vor allem, ja, hätte ich dir noch sagen müssen, hey, wenn du keinen Blockchain-Programmierer und ganz viel technisches Know-how nicht hast, wirst du keine NFTs erstellen können. Heute ist das Gegenteil der Fall. Heute ist es wirklich so, hey, NFTs kannst auch du selbst erstellen. Du kannst es innerhalb kürzester Zeit lernen. Und wie das geht, zeige ich dir im kostenfreien Workshop. Hier drunter ist der Link. Meld dich an und dann sehen wir uns am Sonntag. Ich wünsche dir, wir wären uns am Sonntag. Das ist ein Punkt, Und ich arbeite, wir uns am Sonntag. Und ich brauche dich, Untertitelung des ZDF, 2020